Normal nehme ich die Dinger nicht alleine auf, aber was soll man machen? Ich bin hier, das Event ist hier, also machen wir das O-Modular Exterminator Event. Hey, hey, ganz ruhig, kleiner Roboter. Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen muss. Ich glaube, man muss auf dieser Plattform hier stehen und irgendwann ein Stück von dem Turm kaputt schießen. Aber mal schauen. Einfach mal anschmeißen, was soll schon schiefgehen? Ich gehe erstmal in Deckung. Oh, ich stehe mit Dinger reindrücken. Okay. Ich verstehe es wohl noch nicht so ganz. Ich glaube, ich habe das Oberste abgeschaltet. Okay. Unten den kleinen Lilanen ausweichen. In der Mitte dem Oranginen Laser. Ich verstehe. Autorisieren wir das hier mal als nächstes. Das ist für in die Mitte. Okay. Unten auf die Lilanen aufpassen. Oh. Das habe ich schon. Ich werde drüber sprechen. So. Welcher fehlt denn jetzt noch oben? Der? Was macht der überhaupt? Schießt der in die Decke? Oh, da kommen die Kampfdrohnen raus. Okay. Also Laser in der Mitte. Kampfdrohnen oben. Ausweich. Laser, die von unten raus geschossen kommen. Das ist gar nicht so schwer. Lustiges Event. Noch mal oben. Na, gucken was drin ist. Ich kann es nicht auf jeden Fall. Ich kann es nicht auf jeden Fall. das nicht auf jeden Fall. י�